Im Internet graviert zur Zeit ein Hashtag wie ein Laubfeuer. Die Rede ist vom Hashtag Save Your Internet, auf Deutsch Rette Dein Internet. Die ganze Save Your Internet Kampagne ist komplett sinnlos. Warum? Das Internet in seiner jetzigen Form, wie wir es kennen und lieben, kann in der EU nicht mehr gerettet werden. Der Grund? Die Europäische Union hat bereits im September 2018 für die Einführung des Artikels 13 gestimmt. Dieser wird dazu führen, dass unter anderem die Webseitenbetreiber für die Inhalte, die ihre User posten, haftbar gemacht werden können. Dieses Risiko möchte verständlicherweise kein Webseitenbetreiber tragen, so dass ich das auch nachvollziehen kann, wenn sich diese aus dem Raum der Europäischen Union zurückziehen werden. Der Artikel 13 befindet sich noch derzeit in detaillierter Ausarbeitung und wird wahrscheinlich zum Ende des Jahres in Kraft treten. Dann sind die schönen Zeiten des freien Internets vorbei. Vorbei sind die Zeiten, wo wir Bilder, Videos, Tonaufnahmen hochladen können. Denn zu groß ist das Risiko für die Webseitenbetreiber, dass da urheberrechtlich geschütztes Material drin sein könnte. Mein Name ist Flatti und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist das Risiko für die Webseitenbetreiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiberiber Vielen Dank.